Bei mir ist ne Frau im Haus Ja, das ist ne Seltenheit bei dir Wo ist eigentlich der Zug oder was? It was at this moment that Demi knew He fucked up Alter Demi, bist du in den Zug gestellt? Aber ey, das Ding fährt Idris, ganz kurz mal nicht Okay, das Auto ist im Arsch Ne, es fährt noch Guck wie dünn das ist, sag's, guck mal Oh scheiße So, noch ganz kurz, einmal einen kleinen Clip hier von dem Fahrzeug Und zack Warte, ich muss noch kurz Feuer bestatten Ich muss das Feuer bestatten Heute gab's doch einen richtig geilen Skin wieder Papa, I'm a good friend Es gibt jetzt nochmal ein brutales Fechte Das fechte mal jetzt aus Ähm, Sneezel Dass du das jetzt machen musstest Gegen nen Mann, der keine Waffen in der Tasche hat Finde ich schon krass Du schießt praktisch nem nackten Mann In den Schniedelwurst Ahhhh Tschüss, Alter, ihr Tödel Oh no Oh shit War ne schöne Runde Ja, das klingt sehr gut Hm? Jetzt schlachte ich euch beide auf brutalste Art und Weise ab Wo ist eigentlich Speed Freak? Leute Alter, ich war auf dem Auto gesessen Alter, was? Hahahaha 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 Itis, sehr gut, sehr gut Obwohl Itis hat mich vorhin ja auch gekillt Sneezel, kommst du mit drei Sterne überhaupt zurecht? Klar Ist das gute Nudelsterne? Das sind gute Nudelsterne? Achtung, Papa am ausgewichen, easy Krass, ne? Ja, klar Das hab ich früher in der Fahrradschule gelernt Was? Nice Wir waren gerade auf der Suche nach einem Auto für Sneezel Das Weiße? Nein, 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 nicht das Weiße Ha! Weasel News Sneezel, Weasel News Oh, oh Oh, ich bin gleich tot Oh shit, oh shit, oh shit Oh, wie knapp das gerade eben war, ne? Demi, wo bist du? Äh, ich brauche mich Nya Du kannst doch hoch Oh ho ho, what the fuck Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab das Auto gefunden Also ich mein das Fortbewegungsmittel Alter ich hieb dir mal kurz an Hey! So ho 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 He 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 Weil der einzige Schälle Okay, Zweiter Du darfst mich jetzt kurz nicht überholen, bis ich im Ziel bin. Haben wir uns nur verstanden? Nein! Zweiter, fuck, fuck, fuck! Nein! Alter, verziert euch, Herr Rambelsäckel. Oh nein. Nein! Jungs! Jetzt lass doch erstmal die Hosen an, Heidenay. Oh, sorry, sorry. Nein. Alter, ich bin einfach stehen geblieben. Nein, ich glaube. Oh, sorry, mate. Sorry, sorry, sorry. Ich bin letzter, weil mich irgendjemand runtergekickt hat. Speedfreak, das war Idris, das war Idris. Das war ganz wichtig, ich bin der Pinker, Alter. Alter, der Kollege rammt voll die... Ey, dude, du bist vor mir. Ey, dude, oh mein Gott. Stehen geblieben, Adrian. Stehen geblieben, Adrian. Alter, warst du... Ich hab gerade weggeflogen, weil du eh gedrückt hast. Alter, weißt du, wie weit ist gerade fliegt? Nee. Nee. Habt ihr das gesehen? Alter, war mir das einfach hingefallen. Ey, ich hab... Ich sterb, ich sterb. Nein, ich bin so hoch. Idris, kannst du mich bitte kurz aufheben? Alter, ich lass drauf. Idris. Ja! Ja! Zieh dich aus. Mal wieder einen Livestream verpasst? AAH! Kein Problem du Köttel, schau halt mal rein, Menschee!